Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Trouble in Terrorist Town, ich bin Evolution Fighter, zu finden in den Verlinkungen von jedem Kanal jetzt hier, wo ihr gerade seht. Hä? Bisschen rekelhaft. Nene, ich mach mal rein. Wir sind ne Bankerorten dabei, dass ein Name ich auch zählen würde, wenn ich schon fertig geladen hätte. Und ja, haut euch die Rüben ein. Nö. Ja, du kommst bis zu spät, glaube ich. Ich finde nur hier die Rüben ein. Ah, genial. Evolution Fighter, wo bist du? Übrigens kann man sich nicht an dem Feuer vom Kamin verbrennen. Jetzt, jetzt, das wird spaßig. Konnichiwa. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh, Banzai. Warte, Vivi, sind wir drei, sechs. Oh, Vivi. Warum einen Stein aufheben, wenn ich ihn eh wieder fallen lasse? Oh, ich komm da nicht rein. Ne, ich komm da nicht rein. Zwei. Komm mit, komm mit. Ich hab nicht mal ne Waffe. Ja. Ich kann nicht mehr hingehen. Ja, hier ist ein... Vivi. Ah, zwei Traktoren wertgeschossen. Ich hab grad versucht, das Ding aufzuschließen. Ah, okay. Was ist das? Äh, Axi, Andi, was machst du mit der Axt? Wer läuft den denn? Ja, ich krieg das mal auf, falls ihr in sich. Was ist das? Es ist die One-Shot-Waffe. Oh, ne Waffe. Die schießen, die schießen. Es ist nicht so gut. Ich gebe, ey, das hat doch übel schlecht. Komm mit, komm mit. Okay. Okay. Das ist jetzt ein bisschen Spaß, ja? Kannst du ruhig passen. Ist besser als die Shotgun. Mach One-Hit. Äh, ich will nicht sagen. Ey, ich hab nur ne, ich hab ne Pistole für dich. Ja, und wenn wir tot sind? Willst du ne Pistole? Jackie! Hier, da, da, natürlich. Hier, Pistole. Andy, halt nicht wohl. Nein, nicht schon wieder. Das ist die ganze Zeit. Nico, willst du ne Pistole haben? Oh, wie willst du? Ich muss so, äh, Niklas. Wir sind nicht wohl in die Kuh. Danke. Wir hatten jetzt schon wieder nicht die Stromrechnung bezahlt. Killer Boy. Oh. Killer Boy. Okay. Lass das scheiß Licht auch. Der hat. Lass das scheiß Licht auch. Ist Killer Boy tot? Killer Boy ist, ne? Alter. Okay. Hallo, ja. Scheiße. Ich lebe noch. Oh. Ich lebe auch noch. Killer Boy. Killer Boy. Killer Boy. Killer Boy. Killer Boy. Killer Boy. Wo ist der denn? Wo ist er? Hier ist er. Auf das Park. Wer ist denn jetzt alles tot, Leute? Ich lebe noch. Okay. Mecklas und Gumm auf jeden Fall. Also Gumm. Ich hab bis jetzt nicht mehr geschafft, die Runde zu überleben. Hier sind zwei tot. Ja. Hab ich identifiziert. Achso. Gut. Mach mal bitte Licht wieder an. Boah, lass das kack Licht aus. Das ist viel cooler so. Nee, aber das... Es kommt immer drauf an, ob man eine Stromrechnung bezahlt hat. Ja. Ja. Machen wir aber nicht. Ah, ich sehe Killer Boy. Hauptsache das Feuer im Kamin geht durch den Kamin durch. Man kann sich da übrigens nicht dran verbrennen. Nur als Tipp. Uh. Ja. Warte mal, es lebt noch... Ich lebe. Und wer sonst? Batman. Okay. Ich glaube, es lebt noch Echse. Oh, aha. Äh. Nein, Echse ist confirmed dead. Also schieß ich auf denjenigen, den ich sehe. Also auf niemanden. Also auf dich. Nee, du. Oh. Das ist zwar ziemlich fantasielos. Boah, der schlechte. Boah. Kannst du mal aufhören, die Lampe zu spielen? Nein. Alter, du musst eine Flasche nehmen, wie die abgeht. Ich will auch eine Lampe sein. Ich will auch viele coolere Lampe sein. Nee, du musst nur eine Flasche. Eine Flasche geht viel mehr ab. Oh. Oh. Ich hab dich durch die Tür gesehen. Also deine... Dein Haus-Ding. Und Niklas. Niklas, wieso hast du denn den Detective wegrutzt? Weil der sich dauernd aus dem A angemacht hat. Und... Der Detective kann das ja ruhig machen. Der Detective kann ja das ja ruhig machen. Weißt du? Und solche Leute beschweren sich denn über Random Kills. Ja, tschuldigung. Du lachst. War ja nichts Schlimmes. Na? Was sind die Affen? Andy, hä? Andy, Andy? Karma? Kennste? Karma? Karma? Karma oder Karma nicht? Die Zahlen haben es Karma gehört. Die da so unter Tap stehen. Niklas, 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 Niklas. Ist es nicht. Fade. Ein Gegensatz zu Niklas. Und inno. Ne, konne. Schrecklos. Ich bin hier nicht. Ne. Okay. Ja. Lass mich raus. Ne. Ich rotz dich weg. Ich rotz jetzt Niko weg. Lass das Licht an. Wer macht das Licht an? Er weiß genau, wo das Licht an ist. Okay. Feiter hat geschossen. Oh nein. Was ist denn los? Ist der Wanderhafen gehört? Na, Feiter hat auf mich geschossen. Sorry, sorry, sorry. Ich dachte, hier wäre eine Leiche. Sorry. Das Licht bleibt aus. Töte dich. Hab ich dir Schaden gemacht? Nein, oder? Das Licht bleibt aus. Nichts leider weg gehen, wenn beide weg macht. Gut. Der Detective kann entscheiden, ob Licht an oder aus bleibt. Licht an. Stimmt, das ist eigentlich ne gute Idee. An. Niklas. Niklas. Niklas ist glaube ich Niklas. Ganz ernst. Niklas. Niklas. Dürfen wir Töten? Ja, Töten wir Töten. Ja, Töten wir Töten. Was bin ich? Hey, cool. Er war inno. Echt? Ich schieß nicht. Wer ist das? Natürlich ist inno. Mr. Wanwa hat ihn gekillt. Mr. Wanwa hat ihn gekillt. Ey, das ist echt witzig, wie euch einfach alle gegenseitig sind. Ja, er will immer ein gleiches Spiel. Mr. Wanwa war. Einer stieß und alle Töten sind gegenseitig. Ich hab Mr. Wanwa geschossen. Ich hab Mr. Wanwa getötet. Cleo und ich sind Proven. Wir haben beide drauf geschossen. Ihr seid Proven? Das glaube ich nicht. Ja, wir haben Mr. Wanwa gekillt. Andi ist glaube ich. Hier ist noch jemand. Wieso ich? Ich kann übrigens nicht bestätigen, dass X der auf den beschossen hat. Der war uns den Namen FB5 gekillt. Ich hab ne Galil. Ich hab ne huge. X der war gerade eben bei mir. Und ne M16. Ich hab... Hä, Nico? Was ist mit... Ich hab nen Traitor gekillt. Also mit Clay drauf geschossen zumindest. Also wer ist denn jetzt? Ja, das ist Proven. Ja, das ist Proven. Nico, Grievous oder Andi? Bin ich. X der war uns groß, Mr. Wanwa. Ich hab auch nen Traitor drauf geschossen. Nico, langsam bist du mir am Verdächtigsten wieder. Warum? Wir haben jetzt drei Traitor. Wir haben jetzt drei Traitor. Das heißt, es sind noch zwei Keys. Andy oder Nico. Zwei von euch. Also darf ich Andi wegreuzten? Ja, du kannst Andi und Grievous wegreuzten. Wen darf ich wegreuzten? Wen darf ich wegreuzten von denen? Also sagt... Nico und Grievous. Andy, mach keinen Scheiß. Mach keinen Scheiß, Andi. Nee, Grievous ist hier. Oh, ich werd geschossen. Von, aber nicht von mir. Ich bin hier. Bei mir... Der knetet mich die ganze Zeit. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Also, Andy... Rutsch mal, ich bin weg hier. Ja, Andy war Traitor. Nico war mir eigentlich. Ich seh Grievous. Ja, Nico. Nico. Rutsch. Ich dreh mich viel schneller als ihr. La 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 la. Ich bin viel schneller... Ich bin viel schneller als Luca... Kaku... Oh! Yo! Zieht ein bisschen. Ja... Warte, ich geh rein. Ich geh rein und klär die Lage. Jawoll! 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 Aber ernsthaft, das ist viel cooler, die Map ohne Licht... Nein! Nein, das ist es nicht! Ich find aber die Regel, dass der Detective das bestimmen darf eigentlich gut. Nein! Nein! Die Detective kann es ja bestimmen! Ja! Find ich auch, das ist gut. Also ich! Also ich! Also ich! Hey, die Detective das will, kann das aus sein, wenn... Dings, wenn die Gast die Detective will, so will das aus ist, dann kann es aus sein! Ja gut! Hehehehe! Echt! Wenn er es so will, ey! Eigentlich willst du das jetzt wirklich machen? Komm, Rutsch! Egal, wir sind ja eh noch nie in der Hand runter! Nicht? Ich bin schon Twitter! Oh, lass doch das Scheiß-Licht mal an, ey! Ja! Oh, da hab ich mal begonnen! Das wird dann richtig über auf YouTube! Das ist richtig geil, da musst du weniger runterrendern! Ja! Meine Axt! 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 Die liegt noch in der Mitte! Wo, rum, rum! Ja, die hab ich ja in der Mitte! Bei mir ist, äh, Fighter und Killer Boy! Oh! Alter! Oh mein, oh mein, oh mein! Ähm! Wer ist grad eben hier reingekommen? Fighter! Fighter war das! Was? Wenn ich das richtig geklungen hat, war das Fighter! Ja, das war... Wow! Irgendwer schießt auf mich! Ich bin unten! Ich bin unten am Detective! Am... du bist unten am Detective? Das ist halt ein bisschen dicker! Unten beim Detective, hab ich gesagt! Oh! Ja, 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 ja! Bei der Waffe! Ich bin unten am Detective! Wann war? Ja, auf mich wollte ich schon geschossen! Okay! Was war jetzt mit Fighter? Was war jetzt mit Fighter? Ey, hier liegt der Leiche! Hier liegt der Leiche! Seit wann sind wir uns für Fighter rum? Okay, gut das zu wissen! Bin bei Andi! Hoffen! Echse, könnte es ruhig sein! Echse, wann hattest du dich eigentlich dazu entschieden, wieder mal End of Tracer zu machen? Ähm, ja, ich dachte mir eigentlich während der Runde erst, aber leider war es dann ein bisschen zu spät! Machst du die Leichen? Machst du die Leichen? Andi? Andi? Ja? Wo bist du? Weckle hier? Wir die Leichen wegschleppen, Meiße! Aber wo genau? Wir können gar nicht wegschleppen! Ach da! Andi, komm mal her! Wo bist du? Hier? Na, Klee! Na! 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 Ach das ist Niklas, der da liegt! Okay! Okay! Klee schießt! Den investigativen Journalismus! Den investigativen Journalismus! Ähm! Na du! Na, Echse? Echse? Hä? Hä? Brauchst du ein Zeppchen? Oha! Oha! Echse, brauchst du ein Zeppchen? Hat er das Licht ausgemacht? Wer hat ein Zeppchen? Nein, das liegt es doch an! Ja, ne! Mr. Wanwar ist auch da! Okay! Ich bin auch noch da! Das ist merkwürdig! Mr. Wanwar hat die ganze Zeit nicht geredet! Doch! Bumbe hier! AndiS multi da ... Oho boop Bum penalty wood, punz only do'n случае Ok, wer hat's Licht ausgemacht? Andi Бог, boop Bumbo! Ich, äh, da muss- Er muss hier in die Richtung sein! Jemand hat ne Bombe gefunden! Ich-Genoor hat ne Bombe gefunden! diesem Beispiel name Klee, Klee, revis Rob, h Flynn, H Susse, Hunde, Hello … What day, yaa Yo 애� dazu? Ne, warte! Das war tatsächlich ein Versehen! Gle, du hast nach Andi gefeuert! Ja, hab ich! Ja, und zwar richtig böse! Ja hab ich! Tut mir auch leid! Äh, ich glaube, bei Andi ist wieder eingefroren. Bei mir muss ich mich eigentlich einfach nicht drauf werden. Wow, Alter. Da liegt der Leiche, da liegt der Leiche. Ja, ja, auslooten. Loot, 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 Loot. Was? Hä? Bei mir sind gerade übelste Lecks, Alter. Wer hat den jetzt erschossen? Oder ist die Bombe gestorben, oder? Warte, 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 ich erweiß ihm die letzte Ära. Ja, warte, ja. Warte, hä? Oh, Alter, was machst du denn? Das ist doch die letzte. Alter, bei mir leckt es gerade wie Scheiße. Bei wem? Na, du? Bei mir leckt es. Bei mir leckt es wie Scheiße. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Bei mir geht das nicht. Bei mir hängt... Andi, komm mal runter, komm mal runter. Komm mal runter, komm mal runter. Komm mal runter. Guck mal, Andi. Guck mal hier rein. Hä? Ja, was ist denn da los? Oh, warte mal. Ich möchte Mr. Wanda wirklich die letzte Ära weiß. Nö, was zur Hölle geht hier ab, Alter. Wir sind ja... Loll. Mr. Wanda. Wanda ist es. Der ist doch schon tot, oder? Weiter war Traitor. Weiter war Traitor. Weiter war Traitor. AK, AK. Es kann nur Killer Boy sein. Killer Boy. Entschuldigung. Bisschen mehr Einsatz hier. Oh. Ah, du bist nicht. Okay, sorry, sorry, sorry. Identifiziert ihn. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wer war denn jetzt? Echse? Ist Inno? Oh, jetzt hab ich die AK. Ohne Munition, die Drecksteine. Wir haben sich erst Freude an, so ohne Muni. Warte, wer hat jetzt alles auf ihn geschossen? Ich hab mitgeschossen. Ich hab auch auf ihn geschossen. Ich hab ihn erschossen. Glaub ich. Warte, wer hat ihn jetzt erschossen? Goom oder was? Ich hab ja sogar Leben verloren. Nein, nein, ich hab gar nichts gemacht. Warte, er wurde mit... Grievous lebt noch, oder? Grievous? Ja, ich hab ihn umgebracht, glaube ich. Ach, du hast ihn erschossen. Ich bin doch von der Seite wieder erfüllt gekommen. Wo ist das? Echse. Echse. Er hat Dings hier. Windows-Fan-Vara. Ach, scheiße, Mann. Ah, scheiße. Was soll ich ja großartig machen, wenn Grievous Proven ist und die alle beieinander sind? Ey, meine Frage, ähm, Ex, ich glaub wir haben Bug. Was denn? Ja, ich hab 1000 Karma. Ach, ich hab doch nur so ne Kackwaffe, ey. Wenn du so ne scheiß Waffe hast, dann... Ich weiß immer noch nicht, wie das Teil heißt und man sich nicht mehr machen kann. Deadwinger. Deadwinger, ich vergesse es immer wieder. Du musst dich erst töten und dann, wenn du blüht hast, warst du Deadwinger. Ja. Jo. Das Problem ist halt einfach, ich... Ich... Ich konnte grad zu kurz machen. Wo kommen wir in ihrer... Oh. Wo ist Mr. Bunn war? Oh. Hier bei mir. Nee, nee, nee. Boom. War ich schon mal Zweiter? Doch, ich war schon mal Zweiter, ne? Boom, 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 boom. Detective. Ah, ich bin Inno. Okay, Nico. Oh. Licht aus. Licht aus. Oh, nee. Mr. Fantasie, was darf ich sagen? Ich bin Detective, Licht aus bitte. Wer an macht, stirbt. Oh. Wer an macht, stirbt, Alter. Jetzt hat er angemacht. Wer macht wen an? Wer hat angemacht? Ich mach mal wieder aus. Ich mach mal Andy an. Ich mach mal Andy an. Sehr schön. Du bist hinter mir, du Verwalter. Geh weg, geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Andy, runter mit dir. Hey. Soll ich nutschen, oder was? In den Keller. Ja, ich nutschen. Ja, hier kommt einer. Ich hab Angst. Was? Da kommt einer? Niklas. Ist ja jetzt ekelhaft. Lass mich mal vorbei, Mann. Fettsäcke. Geh raus. Echt? Ja, okay, ich geh raus. Warte. 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 Jetzt gehst du hier rein. Oh, Kellerparty. Ich will mitmachen. Oh, jetzt gehst du hier rein. Oh, Kellerparty. Oh, Kellerparty. Gute Sache, gute Sache. Ja, bin. Jetzt schmeißt du mal bitte deine Waffe weg. Nö. Irgendjemand hat das Mikrofon dann nicht ganz leise. Bitteschön. Super, super, super. Du darfst wieder aufnehmen. Dankeschön. Bist du vertrauenswürdig? Ich bin vertrauenswürdig. Boah! Weil ich dir irgendwie nicht vertrauenswürdig war, Andi. Ja, ne Bombe, ne? Äh, wer ist denn, Sammy? Alter. Alter. Ihr beide seid das bestimmt. Ich wette drauf. Wer ist ihr beide? Ich weiß nicht. Ich werd fissen. Ist schon jemand tot? Ja. Kannst mir nicht vorstellen, oder? Ah, ne, hier ist der, hier ist der richtige Traitor. Hier ist Mr. Wanbar. Oh, hier ist Andi. Oh, ich geh weg. Sehr schön. Der war denn hier. Mr. Wanbar. Okay. Niklas hat einfach rausgemacht. Was ist denn hier los wieder? Was ist denn hier los wieder? Ah, Keraboy. Hier überall bei Thronen liegen, weißt du, und keiner ist tot. Kommt ihr alle mal bitte in den obersten Stock? In den obersten Stock? Ich komme in deinen obersten Stock, okay? Äh, was? Bitte alle mal, wer schießt? Niklas, weiter. Nicht wieder in eine Reihe stellen. Beide weg ein bisschen. Schreibt euch mal hier gegen die Wand, gegenüber. Wo ich... Ihr seid nicht im obersten Stock. Ich bin im obersten Stock. Immer wenn man sich an die Wand stellt, stirbt jede Menge Leute. Ja. Jemand hat mich angeschossen. Ja. Ich meine, ich hätte Fighter gesehen, wie er dich angeschossen hätte. Ja, ich hätte... Ja. Ich bin selber Fighter, du Lappen. Ne, oh, dann... Ach ja, stimmt. Dann habe ich es falsch gesehen, ja. Killer Boy ist hier oben alleine. Killer Boy ist hier oben alleine und hat irgendwie... Ich bin gerade die Wandler. Ja. Irgendeine Vagina hat mich angeschossen. Okay. Echse, wo wurde der Echse erwartet? Oben. Killer Boy hat Echse getötet. Killer Boy hat Echse getötet? Killer Boy hat Echse getötet? Ja. Killer Boy ist frei zum Abschuss. Killer Boy haut ab. Ja, wer weiß. Killer Boy ist frei. Wo ist Killer Boy? Killer Boy ist ab. Nee, erst mal... Erst, ich suche Killer Boy. Hier. Warum Echse? Ich habe Killer Boy. Ich habe Killer Boy entdeckt. Ja? Dann tötet ihn am besten. Hier ist Killer Boy. Sonst mache ich das. Warte ich. Ja, das ist schön. Auch nicht so richtig. Zum Abschuss freigegeben? Ja, ja, ja. Anscheinend. Ja, ist Kaul. Wann? Hast du geschossen jetzt, Nico? Nee. Du siehst dich so nah an. Kommt wieder irgendwer? Glückwunsch, Leute. Wieder zwei Inno's Down. Drei? Hier sind drei tot. Scheiße. Äh, Andi, langsam habe ich ein bisschen Angst vor dir. Geh mal weg. Na gut, dann geh ich halt. Hier ist der, hier ist der, hier ist der, hier ist der. Hier ist der Bamba. Halt ihn dir alle. Seid ihr auf dem Dach? Boah, yo, 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 was in der Runde. Weißt du, bist du einmal in deinem Leben innocent? Fuck! Ah, was ist denn? Warum, ich... Man! Andi war Traitor. Oh, Traitor? Ich bist auch Traitor. Ja. 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 Ja, aber ich lebe doch noch. Da oben lag, da oben lag eine Leiche mit deinem Namen. Ja, das war die, äh, Deadwinger Leiche. Moment, wie stellt man denn eigentlich nochmal ein, dass man nicht Detective wird? Das kannst du einstellen, glaube ich. Weil ich glaube, ich hatte das vor letztem Mal noch eingestellt aus Versehen. Hä, geht gar nicht. Das kannst du gar nicht, oder? Das kannst du gar nicht, oder? Das kannst du einstellen, wirklich. Das kannst du unter Ausrufezeichen Menü in Chat, glaube ich. Das will immer. Nee, 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 C drücken, glaube ich. Und dann... Hier ist der Shop, du Blinze. Nee, irgendwelche Einstellungen war es, F1 oder F2. Andi, Andi, hä? F3 ist es. F3. Warte, ja, ja, Karma, 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 Karma! Andi, Karma! Karma, 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 Karma! Karma oder Karma nicht? Karma, 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 Karma. Leaaon... Ja! Ich hätte avoid the selected as detected, Andi! Kacke! Nee, Andi, da! Ja, wir haben einen Cronwalk fight gemacht, können nur gucken, wir haben ein Cronwalk fight gemacht. Das ist klar, Undi! Ähm. Alter. Okay. will hier jetzt schon sein Tagesblutung? Oh mein Gott, ich hab gar nichts getan! Warte, ich investiere den. Äh, okay. Hä, wie könnt ihr das überleben? Was ist denn das jetzt gewesen? Warte, ist die Jalla? Tür! Oh, du bist ne ganz... Oh, mein geliebe Tür! Oh, Leute, Leute, Leute! Geh mal weg, Andi, geh mal weg, Andi! Oh, wie ist? Ich bin jetzt noch nicht gestorben. Ich bin jetzt nicht gestorben. Keiner stirbt, oder was? Boom, hier Stage! Ach, ich komm doch wieder nach oben. Niklas ist auch tot! Wow! Ach, ich hab... Es ist keiner mehr gestorben. Boom, hier Stage, bitte! Ey, Halla, Yalla! Ja, ehrlich! Weg, weg, weg! Ja, oh! Warte mal! Mr. Wann? Boom! Boom! Boom lebst du noch? Äh, ich suche Boom. Gweves ist auf dem Dachboden. Wow! Geh weg, geh weg! Boom von der Yalla getroffen! Das war... Du meinst Halleluja! Wer ist denn jetzt? Mr. Wanner, geh weg! Ich hab Angst um... Kannst du mal Heal Station... Einer guckt aufs Bild! Ah, okay! Ich geh... Ich Tür, ich bin... Ja, ich bin... Oh! Okay, ähm... Killer Boy wurde getötet. Ich hab das gesehen mit ner Schrot da unten beim Lichtschalter. Ja, kannst du jetzt Heal Station setzen? Nein, der hat keine Punkte. Tut mir leid. Ja, Niklas! 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 Niklas hat Punkte, oder? Ja, sammeln dich mal einen. Hatte er nicht. Hatte er nicht, okay. Trink mir nen Traitor. Einen Traitor! Ja, ich... 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 Ich hol mir nen Traitor. Also... Ja, im Endeffekt... Mr. Wanwar... Mr. Wanwar, Grievous oder Klee. Wenn wir einen von ihnen sehen. Klee, lebst du noch? Ähm... Der, der in den Gang ist, und das bin ich auch, hat grad ne Slam gelegt. Ne, einer lebt noch! Einer lebt noch! Mr. Wanwar, Grievous oder Klee. Nein! Ich bin's nicht! Ich kann's... Andi, Andi! Guck mal kurz hinter dich! Lass mal einander bleiben! Lass mal einander bleiben! Warte, warte, warte! Guck doch mal nicht weg! Guck doch mal nicht weg! Wanwar! Okay, danke! Wo kann man hier überall aus diesen Gang raus? Ich guck mal hier rein! Darf ich Wanwar töten? Nein, ich... Wo bist du, Andi? Ich kann... Ja, ich bin hier! Nein, 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 nein! Soll ich dir mal zeigen, wo hier ne Slam ist? William oder Mr. Wanwar, schießt aufeinander! Ich kann euch zeigen, wo ne Slam ist! Das ist mir scheißegal, ob das sein kann! Ja, Klee ist oder Mr. Wanwar oder Klee. Aber Klee, leistens von Kinderboy gefunden! Hast du ein Radar? Ja, ich hab Radar! Wie viel Leben noch? Äh, 5! 5! Ja, ja, ja! Ah, fuck! Das war zu einfach! B war's! Ah, Klee war's! Ich hab noch mit 4 überlebt! Ja, gut! Wenn du viel gesehen hast, dann ist klar! Rät dich ja die ganze Zeit gut! Ja, klar! Ja, klar! Kamer, 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 Kamer! Kamer, Kamer, Kamer! Kamer, Kamer, Kamer! Kamer, 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 Kamer! Wir hatten das Auto im Haus! Das heißt, ihr selbst schuldet! Ich war Traitor! Ja, der hat ein scheiß Auto! Aber wenn du dann erschossen wirst, dann wäre er verdächtig wirst! Wo ist denn Andi? Ich bin hier unten! Na, Kamer! Auf dem Dachbootwart, ich komm hoch! Na, Kamer, 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 Kamer! Ich brauch noch ein Actionfoto von uns! Hä, Kamer, Kamer? Kamer, 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 Kamer! Kamer, 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 Kamer! Kamer, 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 Kamer! Hey, Lidia! Alter! Wow! Was ist denn? Wow! Was ist denn? Wow! Ja, der da hinten! Wo? Der da hinten war! Alter! Okay! Oh, Mr. Wanda! Oh, Mr. Wanda! Nee! Nee! Ich hab nur so, um was wegzuhalten! Aber ich hab auch wieder viel! Ja, Mr. Wanda, hallo! Ja! Ich hab Schaden bekommen durch die... Frack, oder was das war! Licht an! Licht an! Licht an! Licht an! Oh, danke! Äh, warum läuft mir Mr. Wanda? Nee, ich... Ich mach Licht an! Ich bin ja innocent! Ich muss niemand hinterherlaufen! Kamer, 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 Kamer! Vielleicht nicht das? Hallo! Kamer, 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 Kamer! Na, Gui, es läuft wie... Okay, ähm... Exakt! Hä? Ich hab nicht geschossen! Ihr habt ne Diegel! Das war der Glock! Okay, das hab ich... Genau in der Nähe auch gesehen! Hä? Die Kamer? Nee, ich will meine Kamer manipulieren! Detective Nein! Nein! Weiter! Ich spiele dann die Fekte! Der ist... Der ist doch... Ich glaube, das ist irgendwie so extra... Keine Ahnung, wenn man... Der Nächste, der sich ausmacht und gesehen wird, der ist zum Abschluss freigegeben. Okay... Okay, was machst du da? Wer ist hier oben? Hast du Glück gehabt? Wanma! Ich hab nicht meine... Ja? Ich hab nicht meine Waffe! Warum hast du eben verloren? Ich hab weil... Wegen dieser einen Granate. Aber hier ist die Hale Station, ne? Die coolen Schmier sind verdächtig! Warum ich? Hier ist ne Bombe! Hier ist ne C4 im Kamin! Im Kamin! Im Kamin! Im Kamin! Beide! Ich glaub, Mr. Wanma im Raum! Nein! Warum? Ich? Weil du Mr. Wanma bist! Ich hab nicht meine Waffe! Ist egal, du bist Mr. Wanma! Ich glaube auch, dass er ist! Ich glaube auch, dass Andi das ist! Weck ihr! Gehen alle in irgendeine Ecke, dass... Ich hätte den jetzt vorbei noch... Wüsste man nicht sogar, dass irgendwo ne Bombe ist? Wenn man... Niklas war das! Ich bin dahin gelaufen! Ich stand direkt vor mir! Ausreden kann jeder finden! Ja klar! Ist die Bombe entschärft? Nein! Wie geht das? Es geht jetzt laut! Die ist... Die ist... Die ist... Die ist noch nicht hochgegangen! Ach Leute! Man sieht dahin! Das ist mich ja geschreckt! Du Eiviers! Wer hat Licht ausgemacht? Weiß nicht! Ich guck raus! Die ist detoniert, wenn man hier sieht! Ja! Da Mr. Wanma! Klee war das wahrscheinlich! So, Andi hat's jetzt wieder angemacht! Ja! Ich hab's angemacht! Niklas! Wo siehst du das? Kammer! Wie der Kammer denn? Niklas! Wo siehst du, dass die detoniert ist? Weil da... Wann gehört das? Streifen auf Woot? Na! Ich hab nicht auf dich geschossen! Keine Sorge! So Ruhstreifen halt! Da ist ich hab nichts mehr! Oder ist das vielleicht ein Teleporter? Ach dann ist sie explodiert wenn der schwarzer Kreis ist. Oh was hat er gebrochen? Echt Pistole? Du hast ne Pistole auf, aber kannst du mal runterwerfen? Wer hat ne Pistole? Ich hab ne Pistole. Ich hab ne Pistole, ich könnte runterwerfen wenn ihr wollt. Danke. Kilo Boy. Kilo Boy. Klee. Tanzenlischlampe. 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 Hm, das ist doch alles ein bisschen merkwürdig hier. Ist glaube ich echt noch niemals tot. Ich werd von Nico die ganze Zeit verfolgt, ich erschieß den reich. Ich denk auch, dass Nico ist. Ich schieß einfach mal auf Nico, ok? Kilo Boy. Was? Böse Kilo Boy. Kilo Boy. Ey mal ne kurz Frage, Andi. Ja? Auf der letzten Lab haben wir auch mit dem Karma angefangen, oder? Ja. Ja gut. Müsste Runbar, wie identifizierst du nicht? Achso, ja warte, mach ich kurz, mach ich kurz, mach ich kurz. Müsste Runbar. Ja, nein, nein, mach das schon. Wann war? Wann war? Wann war? Ist das nicht innocent? Wann war? Wann war ist es? Wann war ist es immer? Wann war ist es immer? Ihr könnt mit der Crowbar auf mich schießen, ich bin ja auf mich schießen, ja genau. Crowbar schießen, Andi. Echse? Echse? Echse hat ne Schrot, Echse ist böse. Ne, Klee hat ne Schrot. Ne, es ist Klee hat ne Schrot. Ah ne, es ist Klee hat ne Schrot. Sechs sind geschrotten. Keine Ahnung. Okay, was war das? Was war das? Das hab ich auch noch nie gehört. Rolsch kenn ich nicht. Nico ist mal mit einer MP5 Navy getötet worden. Uhhh. 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 Warte, ich weiß eben die Letzteren. Warte, bei der MP5 werde ich... Wer hat sich... Ich glaub, äh... Ne, Mr. Wanwar hat ne MP5. Ja, ich hab ne... Ja, der war's glaub ich. Ja, er war... Er hat ne MP5. Ähm, bitte mal... Ja, ich bin proven. Bitte tötet Echse, bitte tötet Echse. Ich hab Mr. Wanwar gekillt, weil er MP5 hatte. Das ist mir scheißegal. Das ist mir egal. Du hast in der letzten Runde auch einen Trailer getötet. Ich hab... Ich hab den nicht mit dem MP5 gekillt, weil er ist mit dem MP5 gekillt da. Klee. Ey! 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 Detektor, das bin ich! Ey, absolut ne. Scheiß. Ne, ja. So, kacke. Ist das der echte Detektiv, oder was? Ist das der echte? Geh davon aus. Kacke, Alter, wo ist die Heilstation? Ich hab noch ein Leben. Alter, bitte mich nicht drücken. Ernsthaft. Warte, ist noch alles dabei? Irgendwer. Ja, ich flieg auf. Boah, Scheiße. Ähm. Ist unser Detektiv zufällig tot? Ja, Scheiße! Nein! Ich hab mich alle getötet. Keiner merkt, ne? Unten steht noch einer neben mir und ich schieß auf mich selber und keiner merkt. Ja. Ich hab' sie alle gehört. Ich hab' mich rufen. Ich hab' mich rufen. Ich hab' mich rufen. Ey, das bin ich. Und dann schieß ich. Und dann war ich rufen. Ach, Mist. Aber das war so klar, dass du warst im Endeffekt die MP5. Das war doch wunderbar. Du warst als einster die MP5. Geh mal her. Geh mal her. Wobei das ja theoretisch kann, ich weiß nicht. Ich hätte sie ja auch aufnehmen schon nachher. Ja, aber im Ende... Ja, es lag aber nur irgendwo in der MP5 rum. Ja, du kriegst nicht ja viel hier an Waffen. Das ist es ja. Du musst mit dem zu viel sein, was du kriegst. Du kriegst hier wirklich nicht allzu viel Waffen. Also, im Endeffekt war es schon gut genug gehen zu können. Karma? 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 Hallo, ratet mal wer Detective ist. Das ist ne schwierige Frage. Das ist jetzt echt nicht mehr wahr. Alter, meine Hüte. Karma? Karma? Alter, Grievous lass mich doch durch. Wo ist Andi? Ich lasse das im Moment jetzt so. Ja, das Kama-Spiel mit ihm kann man wirklich nicht spielen. Äh, ich auch, Andi. Okay. Lassen wir mal das schaffigte Licht an. Andi? Ja. Das war scheiße gerade. Ich hab mir so Angst vor ihm. Ja, ich verstehe das. Hallo Grievous. Hallo Grievous. Ich will Kama-Spiele gegen Pfeiter machen. Das geht nicht mehr. Ich laufe noch nicht immer her. Du, um geh mal hoch. Oh ja. Niklas ist es glaub ich. Oder ne, Nico ist es. Ah da. Jetzt komm hier nicht zur Tür. Äh. Du ist? Klee? Klee? Karma? 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 Alter. Was ist hier los? Wer ist jetzt gestorben? Alter, ich back in der Tür. Warte ich ja gerade. Karma? Oh, dann Killa. Okay, was macht ihr hier? Wieso sehe ich hier Bluttropfen? Von der Menstruation? Entschuldigung. Alter. Mook! Andi hat ihn zu früh rausgenommen. Ähm. Ja, zum Beispiel outgetakt. Ähm. Nico ist raus. Ach. Andi ist jetzt bei mir. Ah, Andi. Ich bin runtergefallen hier vorne. Ich bin runtergefallen hier vorne. Das geht nicht. Ja. Andi ist es. Ja. Haha. Karma, 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 Karma. Keine Ahnung. Ach, warte ich. Ähm. Ich bin hier mit's Proven. Hallo. Niklas ist auf. LoL. Achso. Irgendwo eine Bombe war. Ne, was war der? Ah. Was schießt der da? LoL. Ihr wollt mich doch verarscht ey. Was kennt ihr eigentlich? Kinderball hast du den Detective gekillt? Nein! Ihr habt nicht. Der langweilige Ton aufholtet. Der langweilige Ton aufholtet. Der langweilige Ton aufholtet. Wo ist der? 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 Ja, ja. Hier kommt schon wieder Kiddy-Hack oder was? Ja. Wieso? Ich bin jemand derjenige, wo beschuldigt wird. Egal was passiert. Ja, wer hat sich dann gekillt bitte? Alle anderen waren jetzt zusammen. Keine Ahnung. Alle anderen waren jetzt zusammen. Oh, Grievous, Grievous, Grievous. Hab ihn. Ich hab Kellerball gefunden. Er ist in den Gang. Jetzt nach oben gegangen. Oder ich hab'n Dachboden. Also, ich bin eh nur... Äh... Wer war'n da? Oh. Klöpp bei dem ersten Stock irgendwo. Ja, und den hab' ich verloren. Gerade hat irgendjemand eine Identität geklaut, glaub' ich. Oh! Warum hab' ich das Gefühl, dass ich alleine bin? Also. Nicht ganz alleine. Ist natürlich noch ein Traitor da. Ähm... Detective haben wir keinen mehr. Nee. Nein! Oh! Scheiße, ich hätte vom Goom nehmen sollen. Aber das wäre... Ich dachte, komm, vielleicht... Ey, Killerboy hat auch noch gelebt. Ja, ich hab' auch noch gelebt. Ach, Mann, ey. Ich hab'n zu gar nie mein Netz. Karma-Spiel. Hätt' ich die jetzt vom Goom genommen... Hätt' ich zumindest nicht gleich getroffen. Dann wär's ja zu offensichtlich gewesen. Wie du mich gekillt hast, wär' ich dir nicht mal übel, weil du hast Karma gesagt. Leute, Klinger-Fun-Fact, Klinger-Fun-Fact. Wenn ihr die Naksche, die ich schon mal angesprochen hab', sehen wollt, müsst ihr das immer, wenn die Runde zu Ende ist und auf die neue switcht, auf dieses Bild hier gucken. Ja, das ist schon so. Auf die wunderschöne Landschaft. Ich find' auf der Map hier gibt's auch irgendeine Scheißwaffen. Ne! Ähm... Genau wenn der switcht, dann ist die erst zu sehen. Nur dann ist die zu sehen. Wenn die, wenn die... Muss ich da aufs Bild gucken oder irgendwie dahinter gehen? Oh, ich bin die aufs Bild! Nein, du musst... Wenn musst du auf dieses Bild gucken? Ich bin bei Killerboy. Neue Killerboy an die Schrotze. Ähm... Wie schrotzt ihr nochmal? Ähm... Leute, es gibt noch eh ne... Es gibt jetzt noch eh'n... Ewas zu klären, ne? Ewas gibt's wichtiges zu klären. Feiter? Karma! 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 Brauch! Karma! 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 Oh! Ja! 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 Da haben wir ja ophelia! Ja! Jörg! Jo! So! Ja! 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 zwei er hat mich noch lebt auch noch ja und ich was hat gewiss und was hat mir ja doch eigentlich war schon häufig wir ja eigentlich schon ich glaube zwei ich glaube durch die tür kann das sein man kann durch die türhörte doch kann man ja dann hat nicholas bestimmt sich ein fight geliefert ich denke nicholas war im fight drin weil hier kannst du auch nicht großartig falsch haben ja 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 okay wenn du hier oben runter springst kriegst du höchstens zehn zwanzig schaden und wenn ich sieben mal runter gefallen auch kommt wer ist jetzt wieder dieser farbein wo ich denke nicholas ist es wer schießt ihn die klasse doch geschossen aber ich denke wirklich nicholas ist weil er einfach weil wir sonst so viel schaden kriegen wer sind im bild verfolgen nicholas jetzt die ganze runde mist okay dann macht das ich häng hier fest ich denk du bist ich denk du bist weil du zu viel schaden gekriegt hast der kreif ist ne immer der verfolgt mich so bis zum tod verfolgst du mich ich brauche nur muni aber ich habe keine muni großartig hab schon muni aber nicht viel ich sehe immer noch keine nahrung ach so ja das erst mal ey du hast jetzt auch nicht hier hier warte mal okay was hat er getan er hat einen schrotz geholt ja damit er jemanden umbringen kann das ist ganz klar du bist 100% detektiv hast du den radar ja mann war oben nicholas ist glaube ich auch pass auf nicholas ist hinter dir detektiv achtung granate ja wow der war tatsächlich der schießt scheiße von unten von unten was was würdest du ihn denn einfach weil so wie er sich darauf gefokust hat dass ich unbedingt ein Traitor bin du bist Traitor ja 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 oh gott oh gott da sind wir noch wir zwei ne guck mhm wer wird es dann wohl sein mhm muss drüber ausgehen ganz schwer ja und was hast du heute so gemacht oh ja ein bisschen einkaufen gewesen schöner tag zum einkaufen freitag find ich ja 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 hab mal ne andere waffe nehmen hier Okay. Aber Niklas, das war kein Grund von dir nicht zu killen im Endeffekt, deswegen haben du nicht Traitor. Ich dachte ja, ich wäre es, weil du so viel Schaden hattest, ja, es war es aber definitiv nicht. Dann sag doch, woher du den Schaden hast. Ich wusste es aber nicht mehr. Ah. Ich habe das Ding locker in der Halbzeit, so wie du dich darauf gefokust hast, dass ich unbedingt der Traitor sein muss, bin ich einfach ausgegangen, dass du Traitor bist und willst, dass ich sterbe. Ich habe lediglich gesagt, ich glaube, du bist es, ich habe aber nicht gesagt, dass du es definitiv sein, äh, definitiv bist. Boah, Leute, nimm euch ein Zimmer. Ich habe nur gesagt, ich glaube es, dass du bist. Ah, das war der gute Kommentar. Wir haben noch zwei Runden. Ja, oh. Und ich war noch nicht Detective. Ich war unten, ich war nur einmal Detective. Ja, die Detective. Ich war nicht Detective. Oh. Beko macht mir das Licht aus. Ich war auch nicht Detective. Ist hier irgendwo noch eine Waffe? Äh, hier ist eine Mech. Äh? Hier ist eine Mech bei mir. Oh, Karma. Karma, Karma, Karma. Alter, jemand Prober Battle. Ich war ein Prober Battle. Ich war ein Prober Battle. Ich war ein Prober Battle. Was ist denn hier? Wir haben ein Prober Battle. Ich war ein Prober Battle. Andi und ein Fighter. Ich habe was für dich. Andi, Andi. Andi. Ja, ich habe Andi erschossen gerade. Ja, 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 ja. Aber eigentlich bin ich auch, weil ich stand direkt neben dir und ich habe nicht auf Andi geschossen. Hättest du wieder geschossen, dann wäre es okay gewesen. Aber Andi hat ihn im Endeffekt gekillt, weil er nicht sterben wollte. Ey. Na, Clay? Na. Okay, das Fighters Leiche hat jemand geschossen. Äh, wer schießt? Keine Ahnung. Auf Menschen oder Andi? Ich trau dich nicht. Ich lebe. Okay, ich bin Proven. Ich habe Andi gekillt. Ich trau dich nicht. Ich bin halb Proven. Wunderbar. 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 Nein, nein, nein. Ich stand direkt neben dem, als das geschehen ist. Okay, Shotgun. Shotgun. Ja, 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 ja. Wer würde sowas machen? Das war irgendwo im Gang glaube ich. Echse. Man kann doch nicht einfach rumschießen. Echse und ich waren es nicht. Ja, ich bin ja eben. Wie war es auch? Äh, Killerboy? Ich weiß auch nicht. Ich habe eine automatische. Auch schon gegangen. Ich habe eine, ich habe eine Sniper. Ich habe eine Sniper. Ich habe eine Sniper. Alter. Dreh dich einmal kurz. Aha, du hast eine Shotgun. Eine Pum. Nein, das war ein Shotgun Schuss. Oh, achso. Da bist du. Entschuldigung. Killerboy ist verdächtig. Wenn er einen Shotgun hat, erschieß ihn. Dann ist er es. Ja? Nein, ich bin jetzt nicht. Es hat jemand mit einem Shotgun geschossen. Okay, 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 okay. Dann war er es. Es gibt hier sau wenige Waffen. Warte. Ist die auf wen? Er war innocent. Killerboy war Inno. Okay, dann war es nicht anders. Sorry, Killerboy. Ja, tut mir auch leid. He? Zeig deine Hauptwaffe. Ja, zeig, zeig, zeig. Hey, du hast auch eine Shotgun Klee. Ja, hab ich. Ich habe mir die gerade übrigens genommen. Von Killerboy. Ich habe mir die gerade genommen. Okay, Grevis hat eine Sniper. Ja, das ist doch die Hauptwaffe. Ja, ich habe, das ist doch die Hauptwaffe. Hier müsste, nein, 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 nein. Ich habe hier die M16 vorher gehabt und den damit erschossen. Und mir dann die Pump genommen. Du hast ihn erschossen. Naja, ich habe ihn erschossen, weil du hast das doch gesagt. Seid doch kurz ruhig, seid doch kurz ruhig. Seid doch kurz ruhig, es gibt eine logische Erklärung. Klee oder Mr. Wunder war einer von der ist. Klee oder Mr. Wunder war einer von der ist. Ich habe ja Andy gekillt. Was es denn wann war, warum ist der Wunder? Ich? Ja, weil Killerboy hat auf mich geschossen. Wunder, warte, warte, also an. Klee, wenn, warte, wenn Klee Killerboy nicht gekillt hat, muss Klee jetzt sein. Seh ich auch. Stimmt. Auf jeden Fall. Ich habe dir jetzt geballert. Mal gucken, ob du dich wärst. Ja, wieso sollte ich? Ich bin innocent. Ja, du bist ja dann, du bist ja eins der andere mit einer Shotgun. Es gibt zwei Shotguns hier auf der Map und du hast die andere. Wenn Mr. Wunder war sie von Killerboy hat, dann musst du es sein. Das ist ja dann eindeutig, ne? Ja, eigentlich. Ja, ich würde sagen, es ist eindeutig. Aber diesmal töte ich den nicht. Ich mache es. Wo ist er? Sorry. Okay. Klee ist. Okay, jetzt, jetzt. Wow. Äh, wir hätten jetzt mit einer Shotgun geschossen. Ich habe eine, aber ich, das kam von überhaupt mir. Ey, keiner. Dann hat noch jemand eine Shotgun. Das muss Boom sein. Boom. Nein, ich habe die Sniper. Du hatt, äh, Grievous. Grievous ist der einigste, der bei mir war. Ich habe geschossen. Oh, bin ich. Ja gut. Okay, mein Fernseher scheint sich auch scheiße. Mein Fernseher, mein Fernseher. Hau mal ab von mir. Okay. Grievous, da bist du. Das ist so eine blöde Runde, ey. Sorry. Äh, das ist ne Schrot. Warte mal. Das ist ne Schrot. Was ne Schrot? Ist da Wunder? Nee, nee. Doch. Ich, äh. Mr. Wamba, kann das sein, dass du, äh, dass du Killer Boy erschossen hast und die vorher schon hattest? Ja. Und dann... Nein, 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 nein. Ich hab... Der, der Detective kann gerne Killer Boy überprüfen, der wurde mit einem 16 getötet. Wo ist denn Killer Boy? Zeig mal. Äh, ja, warte. Äh, wo bist du? Oder ich, äh, 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 äh... Ja, ich bin bei der Eingangshalle oben. Und hier ist der Detective? Geht mal bitte alle vor. Keiner dreht sich zu mir um. Wo kann auch, Guma, die Autosniper haben. Mr. Wamba, warte. Ja, warte. Es kann auch sein, dass die, äh... Wie gesagt, ich bin in der Eingangshalle oben. Es lachen hier schon alle. Wahrscheinlich ist der Mr. Wamba wieder. Nein, 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 nein. Mr. Wamba hat geschossen. Ich hab nicht geschossen. Wir sind alle drei beieinander. Ja, ich bin doch auch bei euch. Ich bin hier über euch bei euch. Nico, lebst du noch? Nico, lebst du noch? Also, der Detective... Hallo? Exe? Ja, der Detective fliegt nicht mehr. Hä? What the fuck? Ah, lol. Nein! Nein! Alter, nein! Oh, das Radio! Oh, das Radio! Heyo! Das Radio! Alter, das war gerade gut! Wie geht? Bei mir ist hier kein Nackschuss. Hä? Ne, ich sehe kein Nackschuss. Mein Karma, ey, das ist mein Karma. Ich hab jetzt alle... Bei mir möchte ich bei mir auch noch mal gucken. Da ist nämlich über drei Sekunden zu sehen. Alter, mein Karma, Alter. Ich fand das gut. Ich wusste nichts machen. Seit Schleichwerbung. Wie viele Kammer ich verloren hab, echt. Das ist unglaublich. Ja, kein Wunder. Alter, Kammer? Ich hab heute random gespielt. Oh mein Gott. Und du hast bei allen dafür gesorgt, dass der random gekillt hat. Ich hab nicht mehr Karma großartig verloren. Was zur Hölle? Und keinen Score. Danke, Mr. Detektiv. Ach, ey. Du warst aber nicht, oder? Was wird denn das hier? Doch! Doch, du warst, Alter. Aber du und kein Dreck. Ich bin, ich bin noch. Aha, ich bin Detective. Mir ist das egal, ob das Licht an oder aus ist. Okay. Das war so nice. Alter. Okay. Wollen wir doch Proberbattle machen? 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 bei mir bei mir was wenn man vom Detektiv ich habe noch elf Leben weil ich runtergefallen bin ja wenn du mir einen Traitor gebringst und Punkte ach so ok scheiße wer wird die schnelle Fisch hab ich das jetzt richtig verstanden Grevious ist Chaos Echse verfolgt den Traitor so er hat mich nicht geschossen aber er hat mich nie getroffen und er ist gerade... ja 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 man muss ja trotzdem mal vorsichtig sein ja ich bin runtergefallen ich bin runtergefallen ich hab nur 26 Leben ja bei mir genauso boom Niklas Niklas nicht negativer Journalismus nein na 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 was steht Niko hier hi Benma gibts mir jetzt auch mal die Wacken die One-Hit-Shots ne 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 wo ist Fighter hin Hi Echse das dachte ich mir auch so Fighter ist glaub ich tot wenn die mir sagt wer da ist dann Fighter ist mehr dabei ich bin ganz rausgegangen weil ich auf das random gekillt kein Wacken hab Mann ich suche grad auf Tab hoch und runter doch den Namen und find den Mensch ooooh wie süß das ist dein Leben ne einfach so unrealistisch dass der im Dunkeln so warum ist Klingerly dead ok jemand hat mit einer Schrotz hinter jemanden erschossen Alter wie oft fällst du eigentlich noch runter ich bin erst einmal gefunden hier ist hier Andy was niggst du hier so rum ich niggel ja nicht ich mach das Bild drauf äh ne Klasse GOOM steht da GOOM echt was machst du hier drinnen GOOM ich will mich vor Exe verstecken und jetzt bist du schon wieder hier das hat irgendwie scheiß Aktionen GOOM hier weg ich schieße Klinge Scheiben weg GOOM 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 ich hab Niklas getötet ich hab mich angeschossen ok das war ne Slam oder war es ein Slam lol wer läuft da oben lang warum läuft Andy Andy ist doch tot hä ich bin noch nie tot warum soll ich tot sein warum soll ich tot sein also ich hatte diesmal keinen Fighter mit dem ich mich nicht feiten konnte deswegen also auch kein Karma ne ok Kamer 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 ok das war oben oh ich hab noch ein HP jetzt ich bin hier ich komm hier nicht mehr raus wo bist du denn ich komm hier nicht mehr raus ich komm hier nicht mehr raus was ist doch Klee warum ey hier ist keiner ich hab Schando dich verloren im Bild im ganz linken Raum von mir von mir ja wegen der Discombo du warst doch hier hinten oder ja ja und ich wurde ich hab die nach vorne geworfen zum zweiten Kronleuchter wurde ich geschleudert jetzt hab ich 10er sorry ey 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 mouse ey 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 limbs ey 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 oj Das macht überhaupt nichts. Ich gebe auch gerne mal die Waffen ab, ich bin so... Detektiv 5, komm mal bitte her! Wo bist du denn? Ey, du laufst auf, du feierst hier! Achso, Exo ist es übrigens. Jawoll! Das war leid. Drei Tracer haben noch gelebt. Drei Tracer haben noch gelebt. Lass mal Slender nehmen die Hand nur noch nicht. Ja, aber ich möchte mich jetzt verabschieden mit den... ...eines nicht ganz so weißen Mannes. Kammer, 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 Kammer! Kammer, 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 Kammer! Yo, ich würde sagen Tschau!